Vlog Nummero 432 Ja Ja, und da wurdest du dumm angemacht von irgend so einem Von irgend so einem Orang-Utan da, mach mal die Kamera aus Ich kann mich dran erinnern, natürlich Na klar, was ist da passiert, was war das für Menschi? Das waren irgendwelche Köln-Fans, da hat ja Werder Bremen in Bremen gespielt und wir wollten eigentlich so ein Feldmanns gehen, wie jeden Samstag und da haben wir gemerkt, diese ganze rote Horde haben diesen ganzen Platz dort, ja belegt und ich wollte eigentlich nur eine nette Ansage machen, nämlich dass ich eine rote Jacke anhabe gerade und wollte sagen, ich hab zu Ehren der Kölner Fans eine rote Jacke angezogen, aber dazu kam es gar nicht, weil dieser komische Typ gleich da sich als Obermaß da aufgespielt hat und ja, wollte es für die Kamera ausmachen Ja, so war's